Hey. Hey. Hallo. Hi. Na du, guckst du auch gerade hier? Dbd. Untertitel. 4 hotte geile Leute hier direkt auf der Lagen hier bei YouTube Dorotix Spezial. Ja. Ich bin die geile Nurse und muss jetzt diese drei geilen Stecher da hinten ein bisschen verfügen. Spoiler für uns. Er ist die Nurse. Oh. Die Nurse. Hast du auch nen Perk? Ich hab nen Perk mit Ö aber. Er ist die Nurse. Die Nurse mit dem Perk aus Merc. Miss Perky. Ich hab Miss Perky heute. Da juckt die Nurse. Da juckt die... Die... Die Nö... 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 Was? Und um Tobis Eier... Hä? Er fängt schon wieder an. Er fängt schon wieder an. Pass auf. Der Curry, ne? Der sagt in der Dead by Daylight Gruppe, wir haben so einen zum Verabreden von Terminen und dann sagt der Curry immer, Tobi, das muss aufhören. Hast du die Bilder gesehen? Das muss aufhören. Und was macht er dann intern in dieser Gruppe? Da reibt er sich virtuell mit Worten weiter an Tobi rum. Die ganze Zeit. Die ganze Zeit. Ich will dich kraulen. Ich wollte nur ein bisschen reimen gerade. Ich nehm euch nackt auf. Das geht die ganze Zeit so. Curry, Curry. Ganz ernst. Also ganz unter uns. Ich glaube, da ist doch ein unausgesprochener Wunsch im Raum. Vielleicht. Ich wills nur mal so... Ich wills nur mal so stehen lassen. Barbara, du weißt Bescheid. Der Junge ist einfach krank. Das ist das Problem. Der liebt dich, Tobi. Das ist Liebe. Du kennst das nicht. Aber das ist Liebe. Will ich aber nicht. Vergiss das halt. Nee. Ah, schön. Das ist, äh... Und der Curry, das weiß jeder. Der bevorzugt harte Popoliebe. Was ist los mit ihm? Okay, wir können jetzt anfangen. Es reicht. Der Curry hat ja auch die Finger im Po-Challenge gedreht, ne? Hab ich... Wo war das? Hey Tobi, wie viele hast du drin? Du hast gesagt, ich hatte es noch nie im Po. Was war das denn bitte, Alter? Was war denn das? Alter. Bitte nicht, bitte nicht danach suchen. Einfach ein bisschen auf Currys Channel gucken. Der lebt ein Re-Up hoch. Hallo Tobi. Wer hier, wenn nicht Curry? Wer hier, wenn nicht. Wer hier, wenn nicht. Hallo? Kann ich mich auch bewegen? Herr Gronkh, Sie sollten vielleicht sagen, dass Sie... äh, dass Sie heute etwas, dass Sie heute schon sehr, sehr, sehr viel aufgenommen haben. Boah, ja, ich bin heute im Marathon. Das ist heute ein sehr kröpfer Tag. Seit zwölf Uhr morgens im Marathon, jetzt haben wir uns inzwischen 22 und 23 Uhr. Naher kommt er wieder, weißt du, naher kommt er wieder. Scheiß mich an, ich würde campen und sag dann, ah, ich hatte Kopfschmerzen. Du campst ja auch immer. Okay, komm. Oh mein Gott. Ohhhh, der quiekt da wieder rum. Hey, was ist hier los? Curryman. Hey, Curryman. Das finde ich gut. Ich war schon immer hier. Hör auf! Ah, Tobi! Alter, nice! Ich hab mich voll erschrocken. Achso, ich muss die Steuerung jetzt mal wieder lernen. Wir haben schon so lange nicht mehr gespielt. Vor allem, wo ist denn hier ein Haken? Curry, hast du den Haken gesehen? Kannst mir da vielleicht Tipps geben? Nee, ich hab den Haken noch gar nicht. Oh, was war das denn? Was, Tobi? Nein! Tobi, rette mich bitte! Ja, ich kann, ich muss erst mal weglaufen. Nein! Hier! Mist! Ah, fuck! Ich bin jetzt leider noch nicht ganz so bewandert. Ich muss da echt noch ein bisschen üben. Hey, geh mal. In die Füße, weil wir im Boden schleifen. Hey! Warte! Tobi, hier, Tobi! Alter! Tobi! Alter! Das fängt ja wieder gut an. Weißt du, weil ich den Spacken retten wollte, Alter? Jetzt bin ich schuld! Tobi, Lobi! Toll! Toll Curry, Mann! Was hast du wieder gemacht? Hä, warum den denn? Ey! Toll Curry! So, eine entspannte Runde heute. Was hab ich getan, hä? Du hast gerade verraten, was hier abgeht. Ich hab gar nichts verraten. Ne, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Geht doch gar nichts ab. Ach, guck mal! Die beiden schon wieder. Aber die haben sich wenigstens, weißt du? Die haben sich wenigstens jetzt wieder. Tobi, warum drehst du dich? Halt's Maul, Curry! Echt! Hast du einfach gleich in der ersten Folge schon deinen Zenit verbraucht, was? Tobi, du kannst doch nicht direkt anfangen jetzt wieder hier. Komm, lass mich in Ruhe einfach, ey. Ich geh. Also, ich krieche. Tobi ist weg, ey. Ey, den Nurse ist so hässlich, ne? Lass mich! Du kannst doch sowas nicht sagen, Alter. Du bist die hässlichste Nurse, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Geh weg, du bist hässlich. Ja, jetzt kommst du mal mit. Lass mich doch mal gehen, bitte. Burschi, komm doch mal mit dir jetzt. Tschüss Tobi! Häng mich doch an deine Nase, ist doch auch ein Haken. Na, hoffentlich schaffe ich das noch nicht, dass der Tobi mir entbüxt. Eine Blutung, die ist lustig. Ah, das schaffst du schon. So, das geht noch. Das geht noch. Tobi, komm her. So, das ist der Tobi. Hol dir mal bitte den Curry, der hat schon wieder ein großes Maul. Hey, warum hab ich denn jetzt... Du hast mir die Schuld gegeben, dass du tot bist, da auf dem Boden liegst. Äh, Pan? Ja? Warten los mit dir, du bist zu ruhig. Ich konzentrier mich einfach nur aufschuldig. Hat schon drei Generatoren gemacht, die Anzeige muss bei dir backen. Haha, Curry. Warum darfst du lachen und warum darf ich nicht lachen? Nein, Curry. Aber Pan, wo bist du denn? Generatoren machen. Ah, okay. Mann, ey, das finde ich jetzt aber nicht lustig hier. Ah, fuck. Aber ganz ehrlich, das Ding ist, wir können es trotzdem noch alles schaffen, ne? Das ist das krasse daran, Currymann. Das ist ein gelbes Kabel. Ja, siehst du, Tobi? Wenn wir jetzt noch zusammenarbeiten würden und du nicht immer so ne Scheiße labern würdest, dann würden wir es schaffen. Das ist jetzt aber nicht wahr, oder? Tobi ist immer so der typische Monk in den Horrorspielen, weißt du? Ein Horrorfilm. Ich hätte Tobi übrigens heilen sollen. Scheiße. Sorry, hab ich total verplant. Tobi ist doch der Held, der kann sich selber heilen. Leck mich einfach, Curry. Ich bin übrigens gleich tot. Leck mich einfach, Curry. Was hältst du denn davon? Ja. Machen wir dann nach der Runde aus. Passt dann. Und willst du echt? Warte mal, warum läuft das hier gerade nicht? Das ist... Warum? Finde ich aber gut, dass du da echt Bock drauf hast, Curry. Ja, ich auch. Das finde ich echt super von dir. Bin ich da auf jeden Fall total auf deiner Seite. Drück immer die falsche Taste. Ich kann mit der Nurse einfach nicht so gut umgehen. Ey, ich kenn das aber. Das hab ich auch. Nein! Hau ab! Hau ab! Geh ich eng fest am Balkon! Nein, ich bin schon wieder zu weit gelaufen! Mann! Oh Gott! Ich will mal ein Kettensägen Heinz wieder. Kettensägen Heinz. Kettensägen Heinz war mein Liebling. Alter. Boah. Das ist einfach... Einfach mösitastisch, Mann. Mösitastisch. So, jetzt. Jetzt aber mal. Boah ey. Was ist hier los? Vergesst euch nicht, so wie ich es gerade tat, euch gegenseitig zu heilen. Was denn? Was denn? Nicht einfach pausieren. Immer weiter reden. Äh, zu heilen? Ja, ich wollte gar... Ich... Hey. Why? Did you laufen nur an mir vorbei? MCM. Nein, du darfst dich nicht an ihm vorbeilaufen. Das ist doch nicht gut. Oh, Benno! Du musst wieder umdrehen und sie sofort töten. Mutti, haben wir noch Curry king? Was? Komm, das ist doch scheiße jetzt, was du hier machst. Ja! Schön! Schön aus dem Schrank gezogen. Das finde ich gut. Curry, mein Süßer. Ich hab mir in die Spur gelegt, ne? Eine Spur? Ich hab immer so schöne Orangen gesehen. Hä, wieso? Du hast mich gesehen? Hast du gehört? Ich hab diese Orangenspuren, bin ich aber gefolgt. Die durch die ganze Map irgendwie. Na, ich bin nicht tot. Ich lebe! Okay, macht Generatoren. Ich halb durch. Alles klar, Karimann. Hör auf, die Fluchtversuche zu machen. Tori, mach das Geräusch, ne? Wo kommt ihr das Geräusch, ne? Wo kommt ihr das Geräusch, ne? Jawoll! Geil! Jungs und Mädels, das ist super. Ja, Ablenkungsgeräusche, sehr gut. Was? Hä? Das ist jetzt aber nicht dein R2-Frau. Nein! Alter! Da kommt's auf einmal aus. Nichtsgeschossen, die Alte. Ha! Ha! Ach Tobi, da bist du ja? Der Haken ist besetzt, Tobi. Ich kann dich gar nicht aufhängen. Das ist aber doof. Lass mich einfach hier liegen. Geh weg. Können wir... Kann ich und Tobi nicht einen Doppelhaken machen? Irgendwie so... Oh! Ach so, entschuldige bitte. Ich wollte hier nicht sterben. Er hat sie erledigt. Du kannst mich vielleicht doch mal holen. Das ist mir grad so doof, hier rumzukrabbeln irgendwie. Einfach mal ins blinde Gerauen. Das dauert immer so lange mit der Nurse. Mit der Nurse. 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 Hummel, Hummel, Nurse, Nurse. Mit der Nurse. Boah. Ey, die macht mich echt fertig, die Olle, ne? Die ist eigentlich schon geil, aber man muss echt gut mit der umgehen können. Das ist mega geil. Aber ist halt echt auch schwierig zu spielen. Jetzt hör doch mal auf, ganz ehrlich. Ja, ich schreie hinterher. Mann, du bist auch diesen Fünnabhörgern. Ich war auch diesen Fünnabhörgern. Das ist ein Fan von dir. Guck mal, ich rennt dir schreiend hinterher. Das stimmt. Curry, kann ich Autogramm haben? Wartest du kurz? Curry. 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 Curry, alles gut? Alter, er hat mich verloren. Oh Gott. Was? Boah. Da hätte er gerannt. Ja, der hat mich verfolgt mit seinen fliegenden Füßen, aber das ging. Ging doch. Ach, das ist doch nicht dein Ernst, Alter. Hau ab, Mann. Okay, zwei noch, komm. Was soll die Scheiße denn? Die und deiner Scheiß-Teleporterin, ganz ehrlich. Hau ab. Was war das? 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 Ja, Tobi, mach doch mal einen Auspuff, bitte. Wo bist du denn hin, Tobi? Kannst du dir ja von meiner Folge rauskopieren und noch deinen Morphox machen. So, komm mal einen noch. Weißt du nicht mehr, wo ich bin? Ja, mein krunk. Boah, ich kann mit der einfach nicht umgehen. Ja, 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 ja. Kopf hoch, alles wie gut. You just lost me. Heute verzeihen wir dir eh alles. So, nonstop aufnehmen könnte ich überhaupt gar nicht, ja? Wo bist du hin gerannt? Ja, warte. Kann man vielleicht mal ein Gruppenfoto machen? Nein. Boah, ihr werdet diese Runde so schamlos gewinnen. Okay, ganz ruhig, ganz ruhig. Eigentlich finde ich es überall recht spannend. Am Anfang sah es aus, als würden wir alle verlieren. Ja. Konzentrieren, konzentrieren. Alter, wie die kreucht, ne? Ja, die ist super. Danke. Das war's? Achso, okay. Ja, dann, dann. Jawohl, Dan. Ja, dann. Karei. 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 Oh, Karei. Karei. Auf geht's. Karei. 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 Karei shan. Tobi, wie sieht's aus? Aaaaar, Karei, der sieht super aus gerade. Ne, was heißt das? Ne, sieht cool aus. Es regnet und die Sonne scheint, da weiß ich was passiert, ne? The orangional lines you do is not good, eh. You know? Franschende lines, Alter. Hast du eine neue Metsorto, oder was? Ah, danke, danke. Nein, zu spät. Aaaaah, ich wollte es aus Maxen lade. Let's because I'm walking. I'm walking. Down the face. Down the face. Okay, wir sollten uns auch teilen. Ja, das wäre immer die beste Idee, ne? Ja, gerade im Sohra stehen. Mein dicker Bildschirm doch gerade aus. Was ist denn da oben? Was ist denn da oben? Der Himmel sieht so komisch aus da. Sieht cool aus, ne? Ich glaube, da endet die... Sauber, Leute. Sehr geil. Da endet die... Da ist das, die bla 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 Box. Kommt, Leute, kommt, Leute. Wir packen das, wir packen das. Skybox. Aber... Skybox. Das tut mir voll leid, wenn der jetzt da so... Nee, nee, das ist schon okay. Kommt, 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 kommt. Keiner kann sie gerade hin, ne? Wie Tobi. Ja, Tobi ist einfach... Okay, er ist weg von mir. Wie sieht's denn an dem... Wie sieht's aus, äh... Ja gerade, also ich nix. Also ich ja, ich ja. Ich hab auch, aber ich warte bis hier raus, bis hier raus seid. Ich kann nicht raus. Warum nicht? Da ist Tobi. Warum? Komm mal her. Ey, ich hör hier was. Ah, ich denke auch, ich hör hier was, aber er ist nix. Nee, aber ich hab hier so... Komm mal zu mir. Ach, nee, es ist... Ah! Ist ja schön. Im Herzen hab ich's gehört. Was denn? Ja, bitte! Du hast aber dein Gesicht. Popel. Popel! Boah, das war ja fast lustig, Tobi. Curry, du hast ja gar nicht mitgekriegt, also sei einfach ruhig und geh raus endlich. Es reicht schon, dass ich gehört hab. Geh einfach raus. Ich kann nicht raus. Warum denn nicht? Weil ich gerade irgendwo hier auf ner Map bin. Ja, aber du bist doch bei uns. Was ist das denn? Was ist das mit der Brille halt, oder? Ey, ich hab den Ausgang gesucht. Ja, geil, Curry, Mann. Geh mal raus, Tobi. Nee, ich... Nein, ich bin... Nein, ich geh durch die Luke. Ja, ich will da durch. Du kotzt mich mal. Ich geh durch die Luke, Alter. Ja, das ist meins. Bist du da draufgeschissen, oder wat? Hallo, Tobi. Oh Gott. Was denn? Da kommt der Zoo. Glaub ich nicht. Wo ist die Patti? Ich werd die Folge leider sehr verkacken. Ich werd die Folge leider sehr verkacken. Das hat gut angefangen, aber nein. Ja, ich weiß nicht. Ich warte darauf, dass die endlich alle verschwinden. Ja, der Curry will ja nicht. Ja, warum mich? Ja, wie du schießt. Okay, ich bin raus. Komm, ich geh raus. Ich geh... Ich lauf. Freunde, hört ihr denn hin? I am very sorry. Scheiße, jetzt hab ich rechts gedrückt statt links. Nein, ich bin rausgetappt, oh Gott. Oh. Tobi. Tobi. Hey. Da bin ich gerade voll erschrocken. Sau. Ja, schmachvolle Niederlage. War aber klar. Ja, nein, aber es tut mir leid, Mann. Ich bin mit der Nurse nicht so versiert, glaub ich. Weißt du, was du jetzt machst? Du nimmst jetzt den Kentensägen, Spacko. Und dann sägst du uns alle zu Tode, ja? Es war, am Anfang lief es aber eigentlich ganz gut. Nur die Pan, die hat mir noch gefehlt. Ich weiß nicht, wo die war. Die war, irgendwo hat sie sich versteckt die ganze Zeit. Ja, bei uns, wo wir lagen. Ja, hab ich mir fast gedacht. Aber immer wenn ich da rumgekrauchelt bin, dann hat sie sich halt immer so umgedreht und den Ballen oder sowas. Gareee. Oh nein, ich hab kein Mauspfeil. Ich hab kein Mauspfeil. Die Pan hat sich mir Rebelle ge... Und wir machen Puzzle. Hallo? Welten? Äh... Ja. Oh, danke. Oh, ich wünschte, ich hätte die 20.000 Punkte jetzt. Warum hab ich das überhaupt angezeigt? Boah, die feine Dame, weißt du? Nein, aber warum hab ich das überhaupt angezeigt? Das ist voll gemein. Das ist echt voll gemein so. Boah, du hast voll gut gespielt, aber kriegst du nicht! Vergiss nicht, das Monster zu wechseln. Hier hab ich! Okay. So. Also, nur das ist einfach nicht meins. Ich entschuldige mich, das war nicht meine... War keine gute Runde. Für mich, für die Jungs schon. Und die Mädchen. Passiert auch. Du warst sonst... Du bist ja sonst immer sehr überragend. Wer ist eigentlich das Mädchen? Curry, oder? Curry ist das Mädchen. Ja, ja. Das mein ich ja. Pan ist ja die Frau. Laut Tobi bin ich ja was anderes. Das ist richtig, Curry. Bist du denn Laut Tobi? Das tut mir zwar immer noch leid, aber ich steh immer noch dazu. Das ist jetzt egal. Sag mal bitte. Nee, nee, das wär jetzt ein bisschen scheiße. Was, was? Du kannst was gerne sagen. Die Leute kennen meinen Hund. Oder tut's halt nicht. Teil der Qual. Ich sag das... Ich sag das in... Ich sag das in... Ich sag das in einem Moment, wo ich dich hasse. Okay? Tobi ist mein geiler Lustbarsch. Nein, nein. Du bist ein Lustbarsch. Nein, Tobi ist mein geiler. Was sollt ihr das denn jetzt? Was sollt ihr das? Warum? Nee, was denn? Es ist einfach so passiert, Mann. Was habt ihr gemacht? Er hat mir einfach die Panette volle Nase runtergehauen. Ich weiß nicht warum. Ach ja. Okay, ich bleib heut bei der Pan. Heeree. Curry. Heeree. Pandori�i. Heeree. 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 Seit ich mir deine Kettensäge, Baby. Heeree. Kei leis bei mir. Ich bin echt schlecht. Ich... ich find heut nichts wieder. Heere. Heeree. 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 Geh doch still, immer die Scheiße! Karte, Mann! Was machst du denn? So. Kurze Rückmassage, Tobi? Alter, Wolle-Petri rennt mehr hinterher, Mann! So, nämlich, du hast Wolle-Petri und, äh, Guillohorn betont. Vorsicht! Warum schreit der Corinna so? Bist du so ein YouTuber aus China? Ja? Die schreit auch immer. Kennt ihr das Video von dem einen, der sich so freut, dass er das Essen bekommt? Ja, Alter, geil! Der ist cool! Da muss ich immer an Tobi denken. Ja, das ist richtig, ja. Der Tobi sitzt an seinen Racing-Stuhlen, also... Fire! Aber der ist echt, der ist irgendwie... Ich weiß nicht, was mit dem los ist, aber wo er die Augen immer so nach oben macht... Oh, das leckt mich! Da muss ich gar nicht mal mitfreuen, oder? Ich hätte da bleiben können. Vor allem hat der da alles ausbreitet. Ja, ohne Scheiß! Der frisst dann alles! Das ist bestimmt nur die Vorspeise gewesen. Und dann immer, wenn der was isst. Hey, Tobi! Guck mal hier! Tschüss! Hilfe! Hilfe! Was für ein Arsch der ist, man! Ja! Ich bin so toll! Entschuldige mir doch mal was! Der Inbegriff des Team-Plays! Was ist denn da hinten los? Der Curry hätte mich holen können, in aller Ruhe, und er ist an mir vorbeigelaufen. Ey, ich hab dich nicht gefunden! Ich hab vor dir gelingt, du hast sogar noch gesagt, hallo Tobi, tschüss Tobi! Hey, das war jetzt einfach nur Zufall! Ganz kurz, guck nur, dass ihr nicht in der Nähe eines Haken liegt! Tobi, da hat was an! Also bei mir, ich seh nur den Curry, wie er grad da vorne in den Schrank geht. Hey, bist du bescheuert? Du kleine Spasti-Sau, Alter! Ajo! Das war für das Nicht-Retten-Grade-Curry. Ja, aber warum? Das ist doch alles zum Plan! Ach, zum Plan! Genau, ich kenn da ne TTT-Pläne. Tobi, welcher Schrank denn? Ja, ist schon wieder rausgekrochen wie so ne räudige Wurst. Hä, hörst du mal auf? Guck mal, wir sind jetzt quid, Tobi, ja? Jetzt, jetzt bin ich ein vorn, jetzt darfst du wieder. Das ist schön! Ich will aber nicht, dass du mich jetzt rettest, verpiss dich! Vergesst du den Gabern auf dich! Ja, dann schrürf halt, du Eligen! Also, ganz ehrlich, verblutet auch. Ihr könnt jetzt mal bitte, ey, reißt euch was zusammen! Der will mich ja nicht retten! Hä? Bist du jetzt ganz besoffen, Alter? Ne, noch nicht! Also, früh ab abend, aber... Seid so bescheuert! Ja, ey, guck, weißt du, er kommt, tut so, als würde er mich retten, geht wieder. Ey, Junge, da ist... Was ist das denn unter meinem Maus? Mensch, was ist denn los mit dir jetzt? Curry, komm, lass mich los. Wiehst du grad mit Lenkrad, oder was? Curry, könntest du mal bitte irgendjemanden vor uns retten? Ja, ich kann doch nicht! Warum? Er will nicht! Drei! Drei! Hau ab! Oh Gott! Du sagst, du bist... Also bescheuert, mein Gott! Weißt du, Curry ist so'n Typ Mensch, welch ich in der Stadt sehen würde, ne? Ich würde einfach weitergehen. Hä? Wow! Danke! Und das, nachdem er grad geheilt wurde, weißt? Der Herzschlag ist very groß! Oh, Curry ist Familie! Hallo! Tag! Denkst du auch, du bist was besseres, ne? Hm, ja. Ich hab grad Fleisch gefunden. Ist aber schon verfault und schimmelig. Ja, ist aber günstiger dann. Ich kauf das immer so. Wie ist das? Kimmelig? Oder hast du gesagt, Kimmelig? Ne, das wär eklig. Kimmelig ist schon ein bisschen widerlich. Let's do it. Help me so I Can do the generators. Thank you. cause you're gonnary there. Oh Gott... Ihr müssen ein bisschen... Entschuldigung. Ich bin jetzt schuld, weil du den Generator verscheißt, weißt du Curry? Alles klar, mach den mal fertig, du kriegst ja schon mal nie hin. Musst du nicht, geh bitte, ich hab nen Koffer hier, alles gut. Siehste, ich krieg da doch alleine hin. Ich hab auch nen Koffer. Aber wie ärgerlich, wie ärgerlich. Geh da ner Tupperware verkaufen. Das ist der Bringdienst hier. Aua, das ist ein richtiger Bringdienst. Weg, 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 weg. Ey, was machst du hier hin, Tobi? Benni, die Musik wär schon geil gerade. Oh ja. Hör auf jetzt. Tobi ist bei der Mähdrescher, mein Mähdrescher. Okay. Was, was, ey! Ne, ist er nicht mehr. Komm jetzt, komm, komm! Komm jetzt, komm, komm! Hör doch! Ah, nein, er kommt, er kommt, er hat mich, er hat mich, Leute, er hat mich! Oh mein Gott! Oh, oh mein Gott! 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 Ich wüsste nicht wissen. Bitte! Tobi, bitte tu doch irgendwas! Bitte! Leakst du? Nein, Mann! Ich kämpfe ja um mein Leben! Wo bist du denn? Komm mal zu mir gerannt. Ich helfe dir. Ach, da vorne ist ja der alte Buckelklaus. Oh nein! Das darf nicht wahr sein! Wieso hab ich dich verfehlt? Hey! 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 Hast du mal wieder Lust, eigentlich? Hör mich! Aber das darf nicht wahr sein, Alter! Ihr seid so ne Penner! Das gibt's gar nicht! Ey, Tobi, du bist echt mein Held gerade, ne? Ohne Wissen! Siehst du mal, wie ich dir geholfen habe gerade? Warte! Wer macht's denn? Alter! Geh zurück! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Ich glaub du bist sauer, kann das sein? Kann das sein, dass du sauer bist? Geh wieder weg! Geh drunk! Drunk? Geh drunk! Oh, diese verkackten Dinger immer! Oh, Mann ey! Das nervt so! Ich komm einfach, ihr seid die ganze Zeit nur um rumrutschen! Boah! Geh weg! Du kannst aber auch Spuren lesen mittlerweile, ne, oder? Ne, überhaupt nicht! Ach so, weil du vorhin meintest... Also ich seh diese orangenen Dinger, aber sobald ihr halt aufhört zu rennen, seh die ich natürlich nicht mehr! Boah! Das ist mein Problem, ich hör nie auf zu rennen! Ich bin wie Usain Bolt! Das Problem ist halt, dass der echt immer rumrutscht ohne Ende auf diesen Scheißdingern! Ja, das ist, stimmt! Ist hart, ne? Wuuuuh! Aber? Das stimmt wirklich! Da guckt der Alpha in den Schrank! Oh! Vielleicht sollten wir wirklich mal drüber nachdenken, ob wir das verbieten! Hä? Also jetzt mal ernsthaft! Was denn? Rumrutschen! Ne, aber so dieses mit Kreislaufend rumrutschen, da kannst du halt nix machen! Du kannst halt gar nix mehr machen! Das ist ein bisschen kacke! Ja, ich mag das auch nicht! Okay! So! Ich werde dran denken! Ernsthaft? Nein! Warte mal! Stopp! Stopp! Ich blute immer noch! Gibt's nicht, ey! Was ist denn hier? Na toll! 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 Irgendjemand verkackt den Generator? Wen sieht er? Mich! Also ich war's nicht! Ich war gerade noch in der Nähe! Aha! Da hast du die Ecke gehauen? Du bist jetzt extra nicht gerutscht oder was? Nein! Aber das hier mach ich trotzdem! Oh man! Ich mein doch nur das im Kreislaufen! Okay, warte! Wie bist du denn? Soll ich stehen bleiben einfach? Ja, nicht! Ich wollte mich auch! Willst du mich holen? Warte, warte, warte! Komm zurück! Nein! I can't! Ich muss, ich muss das hier... Hä, wie du klar! Scheiße! Wie du klar! Scheiße! Natürlich, das weiß ich doch! Ja, ich komm sofort! Nee, passt schon! Ich wollte deine Verpeiltheit ausnutzen! Wo, 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 wo? Wo bist du? Nee, nehm ich mit! Oh, komm, 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 komm! Bleib stehen! Hä! Was? Was ist denn da? Es tut mir leid! Oh, ich hab mein Lachen wollte! Ich wollte Gott, toll! Es tut mir leid! Ja, ich kenn das von vorhin! Oh, danke! Okay, ab geht's! Ja, wo denn? Ich... Oh, warte! Ich... Ich weiß nicht, was ich tun soll! Oh, mein Herz, das schlägt gerade, ne? Glaubst du gar nicht? Ja... Glaubst du gar nicht? Glaubst du gar nicht? Gleich! Das ist doof! Kannst du mich trotzdem, wenn du magst, gerne mitnehmen? Ja, würde ich gerne machen! Was machen jetzt? Nimm ich mit! Oh, ach so! Gut, nehm ich dich mit! Nimmst du mich? Nein! Nimm ich doch mit! Nimm ich doch mit! Nimm ich doch mit! Nimm ich doch mit! Curry! Der verfolgt mich! Los! Hey, der hab ich mit! Du könntest wenigstens den Tobi mal aufheben können, der Arme! Oh, hier ist ein Haken! Hat er doch doch! Nein, da ist kein Haken! Der ist sabotiert! Ich hab den sabotiert mit meiner... Alter, das gibt's doch nicht! Mit meiner Werkzeugkiste! Tobi bleibt mal kurz lieben! Ich bin tot, wenn du mich... Nein! Der stirbt! Der stirbt! Willst du mich wirklich sterben sehen? Ja! Oh mein Gott! Weißt du, ich lauf extra nicht im Gleisenslide rum, weißt du? Und dann sowas! Nee! Da kann ich doch nix für! Ich bin raus! Ich brauch doch wenigstens einen Tod! Tobi! Ey, weißt du, ich... Ich dachte mir, wenn echt so... Guck mal, ich mach dich nochmal in Memoria! Dann hab ich dich eingeblendet gerade! Memoria, ja! Der letzte Salut! Okay, ich glaube, jetzt geht alles drauf! Jetzt geht alles den Bach runter! Ah! Ne! Och, Manno! Bist du ein edendiger Lacker! Was? Lappen? Lacker! Lacker! Lappen würde ich nie zu dir sagen! So, okay! Boah, einmal bei diesem Kack, bei diesem Kackgerutschen! Ein einziges Mal! Ah! Wahnsinn! Ja, ich hab das erste Mal jetzt aber so mal gerutscht! Hau ab! Hau ab! Hau bloß ab! Bitte! Ich kann doch nichts tun! Ich bin doch tot, Mann! Ah! Lass den Kör in Ruhe! Der muss mich retten! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Nein! Komm, 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 komm! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Tobi, seiche! Oh Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Der Baum hat euch gerade gerettet, Mann! Ja, das stimmt! Da bin ich gerade voll reingesägt! Du hast schon noch Pan gezielt am Haken, ne? Ja, ja, natürlich! Aber da war ein Ball und da musste ich schnell ausweichen und dann war natürlich noch das andere! Weißt du, da wäre aber das Lenkrad jetzt gut! Der Tobi hat sich ein Lenkrad gekauft für den Fernbus-Simulator Fernbus? Was? Für den Fernbus-Simulator! Für den Fernbus-Simulator! Ich wollte nur mit Jürgen mitspielen! Pan, wo bist du denn? Ich will jetzt hier nicht campen, aber ich weiß, du bist in der Nähe! Ganz weit... Oh, ne! Ich bin nicht in der Nähe! Ja, na klar bist du in der Nähe! Hallo, Tobi! Du bist nicht in der Nähe! Oh Gott! Oh Gott! Bitte entkomme! Bitte entkomme! Einfach für die Gruppe! Es wird das Schönste auf der Welt sein! Wenn du in den Frieden rennst! Wie geht mit ihm denn jetzt? Verdammt! Curry, ich kann nicht von dir weg, Mann! Ich weiß, dass die Paaren hier irgendwo... Ich... ich... nein! Die ist weit weg! Die ist nicht weit weg! Doch! Ich kenne Paaren, die ist nicht weit weg! Die hat den Generator gemacht und läuft jetzt wieder weit weg! Ich bin sogar ganz ehrlich! Die ist nicht weit weg! Wir sind kreckig! Ja! Die ist genau hier vor der Luke! Die lauert hier vor der Luke! Hier ist der Luke! War es doch mal die Luke? Oh! Oh ja! Das hätte ich vielleicht erwähnen sollen! Da ist eine Luke! Wo ist die Luke? Was? Zeig ihr nochmal die Luke bitte! Ich will die sehen! Das ist wichtig fürs Let's Play! Warte! Ich kann doch nicht mit deiner Kamera mit... Das ist doch einfach nicht wahr! So! Entschuldigung! Ich hätte gerne die Luke gezeigt! Aber das war... Mann! Ich überlege in solchen Situationen immer... Es ist besser, Curry hier zum Beispiel lieber sterben zu lassen! Weißt du? Das hat's vielleicht doch nicht geschafft! Einer ist besser als keiner! Und ich konnte von Curry nicht weg, weil ich kenne Paaren! Die hat wirklich so dieses Helfer-Syndrom habe ich ja auch! Das ist so schrecklich! Man versucht immer zumindest jemanden zu retten! Man versucht es zumindest! Boah! Alter! Oh! Wie viel haben wir? 30 Minuten! Aber ich hätte gedacht... Ich hätte gedacht ich schaff's nicht! Vor allen Dingen am Anfang mit diesem Rumsliden! Boah! Das macht mich wahnsinnig einfach! Sie ist im Kreislauf! Biu! 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 Und da waren diese... Und da waren diese zwei Dinger! Weißt du? So ein Doppellooping! Da könntest du wie so... Wie so ein Schmetterling! Oh Gott! Dann ist einfach Backpfeifer wieder weg! Manu! Scheiße! Oh Mann! Oh nein Tobi! Nicht diesen Smiley! Das ist so schlimm! Achso! Hier wird auch schon besser! Wieso spiel ich hier mit BH-Einlagen rum? Boah! Das geht auch nicht! Wieso? Das geht auch nicht! Wieso? Ich kann euch mal ein paar Tipp geben! Können die draufkloppen, ey! Ohne Scheiß! Ja! Ich hasse das auch! So sehr gut! Und jetzt werden die Kommentare wieder voll davon sein! Dankeschön! Das ist schön! Das ist schön! Hä? Im Hakenköttel! Das muss ziehen! Boah! 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 Oh mein Gott, es biedt schon 500 Folgen und seid immer noch Level 2. Ey. Haha. Ah. Schön. Haram. Oh, Alter, ich kann's schon nicht mehr hören, Agba. Ich weiß immer noch nicht, was es ist, um ehrlich zu sein. Das wissen 90% von denen, die's schreiben, nicht. Achso. Ganz schlimm ist auch das hier. Digger. Ey, Digger. Ganz schlimm ist auch das hier, warte. Wachen wir das so weiter, bis sich jeder in den Kommentaren angegriffen fühlt? Dominator, ey. Sag mal, Curry, du hast ja gar nicht deinen Joker verwendet. Nee, nee. Der ist noch auf Reserve. Ah, okay. Das ist noch für Special. Da freu ich mich schon. Warte, bin ich gespannt. Da bin ich gespannt. Okay, wollen wir nächste Folge? Ja. Wollen wir nächste Folge? Ja, ich freu mich schon. Sonst kippe ich nämlich gleich um. Es ist 21h23 und ich will einfach nur noch schlafen. Ja. Machen wir eine Ver tore. Machen wir noch zehn Folgen. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche mittlerweile. So, okay. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.